Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Super Mario Odyssey. Denn gestern, wenn das Video online geht, ist es vorgestern gewesen. Ja, bin wieder sehr, sehr schnell, aber es gab ein neues Hinweisbild. Ihr seht es hier zu Super Mario Odyssey und einem neuen Pixel Luigi. Und während wir uns das hier so angucken, scrolle ich mal schon mal nach unten. Und da können wir uns den Tipp mal durchlesen. Und auf diesem Bild ist ein einfaches Muster zu sehen. Denk bei deiner Suche an die dargestellten Formen und Farben. So einen Hinweis oder so einen Tipp bei dem Hinweisbild hatten wir ja nun schon öfter. Farbe ist so, sag ich mal, immer so das Hauptwort. Und wenn man so diese Farbe sieht, dann weiß man eigentlich, wo man hin muss in welches Land. Und wenn man dann wirklich, sag ich mal, aufmerksam durch dieses Land reist und sich ein bisschen umschaut, dann findet man wirklich dieses dargestellte Muster exakt so, wie es da ist. Und es ist eigentlich ganz einfach. Jo, ich würde sagen, Intro ab und dann zeige ich euch, wo wir unseren Pixel Luigi finden. Viel Spaß damit. Wie gesagt, wenn man sich die Farbe so anschaut, dann ist eigentlich klar, wo wir hin müssen. Nämlich ins Schlemmerland. Und ihr seht es, dieses Pink ist allgegenwärtig. Und wenn wir jetzt mal hier so ranzoomen, über dem Salzhaufen Inseln, da können wir auch hinreisen. Da ist hier so ein schönes Muster auf der Karte und das sieht doch schon sehr verdächtig aus. Natürlich reisen wir jetzt da auch hin. Und wenn ihr dieses Muster sozusagen wahrhaftig vor euch seht, nämlich hier, dann sieht das doch exakt so aus, wie auf unserem Hinweisbild. So, was müssen wir machen? Klar, wir kapern uns einen unserer Flammengeister hier. Da ist er. Und treffen muss gelernt sein. So, und wenn wir denn hier oben sind, in der Nähe von dieser netten Kanone, dann war es auf dem dritten von rechts und das X, wo wir denn unseren Pixel Luigi finden. Und jetzt natürlich von der Seite der dritte von links. So, und wenn wir denn da draufstehen, machen wir wie immer unsere Stampfattacke. Und et voilà, da ist unser Pixel Luigi. Jo, das war es dann soweit zu diesem Video. Fand ich jetzt vom Bild her und auch dem Aufwand, den man betreiben muss, um herauszukriegen, wo man ihn findet, nicht so kompliziert. Vielleicht ging es euch anders, haut das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da, das hilft mir immer ungemein. Und dann seht ihr natürlich hier, wie immer, links den Abonnieren-Button, falls ihr den noch nicht gedrückt habt, dann drückt da mal rauf. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Und auf der rechten Seite, da geht es zur Reina Afnixband. In der Mitte seht ihr ein anderes Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Herr Abetz sagt Danke. Ciao. Und bis zum nächsten Mal.